ARD Text im Auftrag von Funk Ich hatte sogar die Hände weg von der Tastatur So, Moment, alles klar So, jetzt können wir Jetzt meint ich fertig Ich trete übrigens immer unter Künstlernamen auf In der letzten Aufnahme war ich Bram In dieser Aufnahme bin ich Meister J Hoffentlich bringt mir dieser Name mehr Glück als J gegen mich So, Best of Street by the way In der Tat, wir machen das große Finale Oh ja, aber Ach Guck mal, wie der hat gerettet hat, der Schlingel Als wenn er was könnte Verdammt, der kann ja wirklich was Ja, da hättest du wohl gerne Oh nein War das ein unfairer Ball Was ein unfairer Lutscher Ball Ich will gewinnen Best of Street Genau, wer zwei Runden gewonnen hat Der hat das Pizza mit Oh, das reicht nicht Was, ich verkack' gerade volle Kanne So, jetzt strengen wir uns mal ein bisschen hier Anne Jetzt strengen wir uns an Ah, ich bin aber noch nicht im Flow richtig drin Weiß das Lacken wir daran, dass Peter einfach so unfair früh angefangen hat Ja und, oh Gott Nein Und vor allen Dingen konnte ich ja gerade pausieren, während er MW2 aufgenommen hat, weil mein genialer Windows 8 Rechner hier einfach sich entschieden hat neu zu starten Aber jetzt darf ich hier nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich muss mich konzentrieren, denn hier geht's um vielen, nämlich um Ehre Ja Und um ne Bockwurst Um ne Bockwurst, da weiß ich aber nix von Da muss ich erstmal in meinem Portemonnaie gucken, ob ich 1,50 dabei hab Boah, Junge Alter, voll die krassen, geilen Ja Gott für Luck Ja, what Ja Ja Jetzt kann echt nicht wahr sein, hier Peter geht gerade gut ab Vor allen Dingen mache ich immer so behinderte Aufschläge, die ich eigentlich gar nicht machen will, aber manchmal ist das Glück einfach mit den Dummen, ne? Oh, oh, Bram, das ist, Leute, das hat noch gezählt Ja, ja, ich konzentriere mich doch, alles cool, alles cool Ja, also zu Null werde ich auf keinen Fall verlieren, jetzt so den J machen Entspannt an die Sache rangehen und dann läuft der Hase auch und das war leider zu viel des Götens 8-0 aktuell hier der Stand im großen Finale Ja 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 Haben wir es mittlerweile voll unter Druck gesetzt Nein Scheiße So Jetzt ist er drin, jetzt ist er drin, ich habe das Gefühl, aber ich lasse mich davon nicht außer Ruhe bringen Ist gar kein Problem, wir machen das jetzt Nein Ach scheiße, da ist der erste Punkt an den Bram gegangen, aber kein Problem, wir haben noch zum Kulte verschwunden Ach, Jay Geil gewesen So Ich bin wirklich der Einzige sein, der zu Null verliert Hahaha Wir machen hier voll das Federball-Duell Läuft Alles klar Machen wir den Wichtig Ja, ich bin gerade echt schlecht Alter, was geht ab? So Ich will den ganz mal ablenken, Jay Ja, echt mal, verpess dich mal Hahaha Hahaha Gerade war noch anfeiert Jetzt ist es ablenken, Jay Hahaha Hahaha Achja, ihr geilen französischen Lutschmutten, ey Guten alten Lutschmutten Ich will echt nichts sagen, ja Aber irgendwie Was geht hier ab? Was ist los, Bram? Was ist dein Problem? Hast du Schwierigkeiten? Ja, habe ich gerade echt Ich sitze ein bisschen gebückt Ich muss dir ein bisschen Dinge überlegen, die du nachher sagen kannst, weil du verloren hast Ja, gucken wir mal, wenn man dann Die ein bisschen gebückt, ey Dann gucken wir dann mal, wenn wir hier nachher die Punkte verteilt haben, ja? Ja, dann gucken wir auch mal Dann gucken wir mal auf die Punkte Boah, was ein geiles Duell da gerade Hast du gesehen? Ich finde das immer geil, wie sich der Ball anhört, wenn der so zwischen uns hin und her dribbelt, ey Das kann schon was, ja Ah NEIN So Scheiße Der kam zu flach Wie deine Witze Oh, 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 oh Da kam ich nicht da Peter ist gar nicht richtig gut drauf, er hätte auf LMS auch spielen können Ja, hätte ich auch Ah, scheiße Oh Ja, guck, diese Aufschläge, die bringen einen nämlich voll raus Ja, bis zu früh gesprungen haben Ja, das war nicht so gut Ja, sicher, ey Ja, sicher, ey Ja, ich hasse diese, der komme ich nie gegen an, ey, das ist meine Achillesferse Jetzt habe ich was gesagt, ey. Ja, auf jeden. Oh Gott, ich bin so ein Noob. Ja, so will ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Aber das war nicht so gut. Was ist hier gerade los? Was ist hier gerade los? Ich muss mich zusammenreißen. So. Ja, Vorzeige wechselt. So, so nicht. Scheiße. Ja, Punkt. Die brauche ich noch für die erste Runde. Zusammen noch auch. Bei plus ein paar. Ja, meiner. Scheiße, ich hätte kurz gehofft, weil ich... Ja, hier ist nämlich, ne? Hier wird nicht gespaßt, hier wird nichts geschenkt. Hier geht es direkt Schlag auf Schlag, Junge. Oh ja, muss man ja auch. Na, ist ja auch Finale, ne? Jetzt sind die Späße vorbei. Jetzt geht es um die Wurst. Ja, um die Bockwurst. Ich glaube, wir haben uns gar nicht Bock, was zu kaufen. Nein! Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Bock, was zu kaufen gibt. Ich glaube nicht, echt. Scheiße, so Hohenball ist immer kacke. Hohenballe stinken. Am ist gerade voll die krasse Abwehr. Nein! Da sagst du es noch, ey. Ich hab was eingeschätzt. Ich krieg ne... Da hast du noch gehofft, was? Ja, weil es euch waren, dreimal war so Schluss. Ja, das stimmt allerdings. Wenn der Ball einmal so kack ist, kommt immerhin... Oh, loo! Immerhin wechselt hier nochmal schnell der Aufschlag. No. Ja, nice. Ja, schön. Der geht noch rüber. Ja, tut er auch noch. Alles safe. Aber man muss ja so sehen, war, auch wenn Peter jetzt den Mega-Vorsprung hat, das ist halt ein Spiel, ja? Und das heißt, im Prinzip kann ich das immer noch drehen. Ja, das stimmt. Darf man nicht vergessen. So, in der Reihen-Theorie... Oh, da hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Alter, was geht ab? Oh. So, wir müssen einfach mal ein safes Spiel spielen jetzt, ein bisschen. Nicht so viele Spielereien und Tricks und so weiter machen, sondern einfach uns auf die alten Stärken der klassischen Blobby-Volley-Tugend besinnen. Ey, was geht ab hier auch, Alter? Und nicht irgendwie so absichtliche Tricks herein, so den Ball über Bande und so. Das kann man vielleicht gegen den Hardy machen oder so. Aber einen Moment der Unaufmerksamkeit bei so einem Gegner wie Peter. Und man kann tatsächlich hier schon die Mega-Problems kriegen. Das muss man einfach mal sagen. Wie gesagt, gerade stand 13-10. Ist noch nicht damit gegessen, die ganze Schose. Dann ist gegessen. Das ist erst gegessen, wenn die Bockwurst gegessen ist. Oh, ja. Wir machen jetzt hier gerade wieder Peterball, ey. Nein, ich... Ach, das ist doch blöd. Wieso... Ach, Mann, das ist frustrierend. Ja, schön. Jetzt muss man hier noch ein bisschen Serious Gameplay machen. No! Komm schon, komm schon, bitte. Nein, da habe ich es verplayt. Einfach overextended. Aber nochmal Schwein gehabt mit der Zurückeroberung. Seine. Alter! Wunderschön. Du haust jetzt hier aber auch Sachen raus. Das geht ja gar nicht so klar. Unfassbar. Wie gesagt, also man muss auf jeden Fall nur Serious Bälle spielen. Nicht zu riskant. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Was du da machst, das ist aber crazy einfach nur. Scheiße. Das ist motherfucker-mäßig. Das ist einfach nur... Die Cojones, ey. Hast du dir gerade noch eine Spritze gesetzt? Scheiße. Entscheidender Punkt. Also ich muss noch einen machen, damit ich zumindest in den Breakball komme. Das ist dann der Breakball. Scheiße. Man muss mindestens mit einem Punkt... Also wenn wir beide 14 haben, muss man 16 haben. So. Oh, 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 oh. Ja, nice. So. Ja, ja, ja. Hört sich gut aus. Scheiße, das gibt es nicht. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn da passiert? Ich hab den Ball einfach nicht unter Control gekriegt. So. Peter gerade in einer großen Abwehrhaltung. Ja. Scheiße. Ja, war ich echt, ey. Überhaupt nicht angegriffen. Ja. Bam. Best of three. Best of three. Aber die erste Runde trotzdem. Huh. So, Spiel steht. Alter Vater. So. Moment. Von mir aus können wir. Ich bin bereit. Okay, pass auf. Drei, zwei, eins. Go. So, aber das ist ja auch ein Spielchen mit Peter. Das muss man mal so sagen. Ja, das kann man jetzt nicht als irgendwie easygoing hier bezeichnen. Gerade... Nicht wie bei LMS. Ich habe einen Stroke. Nicht wie bei LMS, war? Nee, bei LMS war das mega simpel. Ich muss einfach mal so sagen. Aber... Bei Team Peace Meets hätte mich das jetzt auch gewundert. Oh, scheiße. Da hätte mich das auch gewundert. Aufstark wieder gewechselt. Na, komm schon, ey. Alter, wie der immer die ganze Zeit den Ball über mich drüber spielt. Das ist der Sinn der Sache, ja. Oh. Da habe ich verkackt. Aber du kriegst den dann immer noch irgendwie gerettet, weißt du. Das kotzt mich einfach an. Sorry, dass ich dir nicht einfach so den Ball in die Hand drücke. Ja, was soll das? Du da gegen Jason. Boah. Ja, schön. Scheiße. So. Ich muss leider ein bisschen konzentriert spielen. So. Ey, das gibt es nicht. Und buff. Ja, nice. Das ist eine WTF sogar mit Ansage. Würdest mich verarschen. Ja, der sah jetzt schon so aus, als wenn du den nicht mitkriegst. Ah, der sah jetzt schon so aus. Ja, sorry. Der sah der halt. Das war ja auch gar nicht jetzt hochnäsig oder so. Das war einfach so. Das sah aus, als wenn du den nicht mitkriegst. Oh, der sah jetzt verkackt. Da bin ich. Der ist ein falscher Sprung in so einem Spiel, ja. Und man ist echt... Ja, aber wenigstens nur Aufschlag erstmal abgeben und nicht einen Punkt. Das wäre halt... Kann ich noch einmal? Ja, ich kann noch einmal. Ah, ja. Nice. Das kann ich. Das war ein Fehler. Den darf man einfach gar nicht machen. Ne, das stimmt. Einfach so die Fehlanschätzung des Balls von oben. Wobei, ähm, viele wissen das doch gar nicht. Oben ist halt so ein schwarzer Punkt. Der sagt ja, wie der Ball ist. Oh, scheiße. Ne! Oder hab ich da jetzt gemacht? Hast du dich vielleicht zu sehr auf den Punkt konzentriert? Ne, ich weiß auch nicht. Ich hab grad irgendwie... So. Zu hart geplayt, glaube ich. Wie lange ist das noch, Christian? Zehn Minuten noch? Ja, kriegen wir hin. So. Da werden mich natürlich hier gerade beide Kameras in Nutzung. Und in zehn Minuten beginnt etwas, was wir aufnehmen wollen. Oh, ja. Falls er pünktlich anfängt. Ja, das stimmt, aber... Na, egal. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Ey, what the fuck? Einfach nur. Ja, man muss sagen, ich hab natürlich jetzt auch ein bisschen... Scheiße. Glück, Peters Kampfwillen etwas gebrochen zu haben. Nachdem er am Anfang so mega abgegangen ist, kann ich jetzt mittlerweile zumindest dagegen halten. Und lass mich halt nicht mehr abfritzieren wie eine kleine französische Frittöse. Ja, das war aber schön. Das war total angenehm. Das hat sich angefühlt wie in einem Rosenbad. Scheiße, ey. Aber ich versaut auch gerade. Wie in einem Rosenbad. Na, keine Ahnung. Scheiße. Ja, ich hab den Punkt gemacht. Ah, jeder Punkt gerade wichtig, ey. Boah, Alter, das war richtig Nutz. Dings. Alter Dings. Alter, ihr Auditore de Firenze. Nee, Moment. Alter, ihr Auditore de Firenze. Jawohl. War zusammengemixt. Oh Gott, mich selbst gelassen. Darf ich nochmal? Ja. War voll der Kasse Schmetterball. Nein. Ausgleich. Okay, mega spannendes Spiel hier. Wie gesagt, also man kann auch daran sehen, Spiele können auch länger gehen als drei oder vier Minuten nur. Scheiße. Okay, den kriegt er nicht mehr. Ich muss da mal ein paar Schmetterbälle können rüberhauen. Nein, da hab ich... Ja. Boah. Das kann nicht wahr sein, ey. Loll. Loll, Loll. Jawoll, Junge. Boah, wie schön der geflogen ist, ey. Scheiße. Ja. Ich hab auch gerade echt Probleme mit dem Ball im Boden der unter Kontrolle zu bringen. Loll, das war... Ausgleich. Ja, ich dachte, bitte verschenkt. Müssen einfach mal sagen, das war... Ach. Er hat noch gut hingekriegt, muss man ja einfach mal sagen. Loll. Das war nämlich genau der Fehler, den ich vorhin auch gemacht habe, ne? Falsch... Fehleinschätzung. Boah, Junge. Alter. Nein. Boah, nach so einem gefährlichen Ball, da wenigstens... Unglaublich, unglaublich. Immer noch was Schönes rausgespielt. Alter, ey. Boah, ich würd mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir echt hier bei dem Turnier hätten mitmachen können, wenn das nicht schon voll gewesen wäre. Also jetzt so... Nein, oh Gott, was zum Teufel. Ja, das war wieder so eine Fehleinschätzung. Ja, weißt du, dann fängt man wieder an, gut über sich selbst zu reden und dann braucht man wieder den absoluten letzten Dreckscheiß da. Patsch. Aber passt, 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 passt. Komm schon. Ja, nice. Ey, der hat bei mir gar nicht gepfiffen. Der hat... Hat der bei mir auch nicht gemacht. Echt nicht? Gefiffen hat der nicht. So. Schön. Nein, gar nicht schön. Punkt Vorsprung für mich. Alter, voller Todesspiel hier. Na, boah, nice. Scheiße, das muss ich einfach mal sagen. Das war richtig geil. Boah, wir fangen hier voll an, nett zueinander zu sein. Was ist denn los mit uns, ey? Wow! Ja, du kriegst die aber immer noch. Das ist voll traurig. Fang schon so an, wie so ein richtiger Tennisspieler, bei jedem Schlag zu grunzen, wie so ein Tier, ey. Jawohl! Boah, der war richtig gefährlich. Boah, der war echt gefährlich. Boah, Alter. Jawohl. Unfass... Wow! Warum bin ich da von oben gegengesprungen? Hammer. Ich dachte doch übrigens, dass du den rettest, war. Dann hätte ich aber... Ey, aber wäre ich vom Glauben abgefahren. Moment. Was? Was? Wie blä. Ja, kannst du ja nach... Kannst du ja abspeichern. Ja. Könnte gerade... Ritter! So, geiles Französisch... Boah, Alter, jawohl. Jetzt kann ich mal wenigstens ein paar Pünktchen machen. Willst du mich eigentlich verarschen, Bram? Was habe ich denn gemacht? Du warst ein fairer Zug. Ja, ist ja auch ein fairer Zug. Hier ist alles fair. Hier kannst du doch nicht cheaten oder so. Ich kann alles, weißt du auch. Ich kann die Regeln immer auslegen, so wie ich möchte. Nein! Scheiße. Boah, ich dachte gerade schon. Ranz, du Berns. Scheiße, ey. Ich habe auch das Gefühl, dass ich es manchmal mit meiner Hüpferei einfach zu sehr drauf anlege. Aber ich will halt Kampflinie spielen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, Kampflinie spielen. Ja, also auch hüpfen, so um den Nahen... Am Netz. Ja, erklär noch ein bisschen mehr, Bram. Erklär es noch ein bisschen. Abzufangen. Ja, sowas. Ah, okay, verstehe. Ja, das sind natürlich echt gefährliche Bälle. Wie die beiden in meiner Hose. Scheiße. Ah, gerade die guten Punkte. Boah, Alter. Ja, endlich mal wieder. Nein! Habe ich nicht mehr hingekriegt. Habe ich nicht mehr geschafft. So. Nice one. Ganz mies. Ganz mies. Oh! Das war geil, oder? Äh. Ganz objektiv gesehen vielleicht schon, aber aus meiner Perspektive gerade nicht wirklich. Aus meiner Perspektive gerade war das... Ja, schön. Matchball für mich. Scheiße, versaut. Habe ich mich ein Stück zu viel wieder gefreut. Aber... Wie gesagt, Lobby-Wolli halt mäßig, ne? Noch ist nix vorbei hier. Genau, ist vorbei erst, wenn die Ringe läutet. Das darf nicht wahr sein. Jetzt nochmal ganz gut. Ja. Fünnster Bullshit aller Zeiten hier gerade. Schönen Aufschnitt. Ach, Quatsch, ein Aufschnitt. Einmal Aufschnitt. Brauche ich schon beim Frühstück wieder. Scheiße, hat er zurück. Peter spielt auch gerade ein gutes Fund hier. Hast du ein Sprechen gehabt? Ja! Alter. Wuppe da! Okay. Jetzt kommen ja auch mal die Bälle raus, ey. So, komm rüber mit... Ja, schön. Den Aufschnitt. Äh, mein Gott, Aufschlag. Du bringst... Ja! Du hast doch das so absichtlich gemacht. Okay, habe ich auch. Ganz ehrlich, das war voll absichtlich, wieder zu lachen zu bringen. Aber es ist trotzdem... Gewonnen! Ja, ja, ja. Bia, tschüss. Aber ich danke für den Zuschauen. Das war die Northcon. Verdient. War geil. Verdient. Hat mega Bock gemacht, definitiv. Haut rein, ihr Geil-Schnittchen. Bis zum nächsten Mal. Tschuhu! 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 Du bist mein Feind, du bist mein Feind, ich hasse dich. � se t t t t t l Vielen Dank. 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 Vielen Dank.